Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Christoph, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin und ich glaube, ab jetzt machen wir es im Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was sich denn die Veranstalter mit dieser Tagung und mit den Themen gedacht haben, das haben Sie wahrscheinlich die Referentinnen und Referenten auch gefragt, wie Sie Ihre Themen einmal angeschaut haben. Und wir sind alle gespannt, was daraus wird. Daher ist das jetzt ein bisschen gefährlich, wenn ich sage, was haben wir uns denn dabei gedacht. Man kann dann schauen, was daraus herauskommt. Unser Grundansatz war, dass dieses österreichische Modell der Verfassungsgerichtsbarkeit damals, wie es vor 100 Jahren, morgen vor 100 Jahren, in die Welt gesetzt wurde, um es mit der Geburtstagsmetapher zu sagen, das war schon ein mutiger und zukunftsweisender Schritt zur Sicherung des Verfassungsstaates. Aus heutiger Sicht kann man wohl mit Fug und Recht sagen, das war ein visionärer Schritt. Der musste sich bewähren, der musste kämpfen um seine Existenz. Er hat sich aber, wie wir heute wissen, er hat sich bewährt. Diese Institution Verfassungsgerichtsbarkeit ist heute gefestigt und, jedenfalls nach allem, was wir in unseren Verfassungssystemen denken und wissen, aus einem liberalen, demokratischen Rechtsstaat unserer Prägung nicht mehr wegzudenken. Aber, wie alles, muss sich auch die Verfassungsgerichtsbarkeit immer aufs Neue bewähren. Das zeigen aktuelle Entwicklungen, wie etwa in Polen oder Ungarn, mehr als deutlich. Und auch die aktuelle Diskussion in den USA zeigt wohl, dass auch dort die Verfassungsgerichtsbarkeit vor einer gewissen Bewährungsprobe stehen wird. Daher, und das war unsere Grundannahme und unser Ausgangspunkt, liegt es als Anlass eines solchen runden 100. Geburtstages doch nahe, sich aus dem Blickwinkel dieser erfolgreichen Institution erstens einmal des Standorts zu versichern und der Umstände, die den Erfolg der Verfassungsgerichtsbarkeit ausgemacht haben. Und sich dann auf dieser Basis zu fragen, ob und wie diese Erfolgsfaktoren weiterhin wirksam sind, ob sie das sind und wie sie wirksam gehalten werden können, um auch in Zukunft diese Verfassungsgerichtsbarkeit funktionsfähig zu halten. Auf den bekannten einfachen Nenner gebracht. Möglicherweise müssen sich auch hier einige Dinge ändern, damit die Verfassungsgerichtsbarkeit so erfolgreich bleiben kann, wie sie ist. Das Ganze ist zum einen also damit ein ziemlich österreichischer Zugang, weil wir Österreicher doch immer mit beachtlicher Zuversicht in die Vergangenheit schauen. Also, dieses Symposium ist insoweit vielleicht ein etwas untypischer Versuch, als hier bewusst nicht die sprechen, die es eh immer schon gewusst haben, sondern es sprechen jüngere Kolleginnen und Kollegen, die auf die eine oder andere Weise mit dieser Institution eng verbunden sind oder verbunden sind und die sie daher gut kennen, die aber in ihrer Auffassung und in ihrer Vorstellung von dieser Institution zu unserer Annahme noch nicht so gefestigt sind. Oder lassen Sie mich es anders sagen, von denen wir gehofft haben, dass sie mit der Beschäftigung mit diesen Themen ihre Ansicht dazu festigen und sie uns heute hier ihr Nachdenken darüber präsentieren, wie diese Institution in Zukunft funktionieren soll. Weil, so irgendwie die Annahme, die, die da heute und morgen reden werden, da gibt es eine gewisse gute Chance, dass darunter auch einige Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter der Zukunft sein werden. Und wir, die wir heute in dieser Institution tätig sind, wir hören zu und lernen. Vielen Dank. Applaus